Hallo, 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 hey ihr, hier hinten, hallo, es geht los. Am 11.11.1964 trafen sich Elfmänner mit einer Mission und es gründete sich der erste Elferrad. Aus dem Gesangsverein Frohnlach, Radsportverein Solidarität Frohnlach und dem VfL Frohnlach, die schon immer gerne Fasching zusammen feierten, sollte eine Vereinsgemeinschaft der Sänger, Radler, Sportler, kurz Serraspo, entstehen. 1965 begann es mit der Serraspo im Lindesaal im Frohnlach. Der Beginn war um 20.11 Uhr, Einlass war um 18 Uhr, da kein Kartenvorverkauf stattgefunden hat. Zur Auswahl standen an Getränken nur Wein, Sekt und Mineralwasser. Der Wein war um 20.30 Uhr schon aufgebraucht, musste neu beschafft werden. Einmal sind Fabrikanten, die allesamt im Komitee mit waren. Die haben überall unser Wein geholt und ob das auch billiger war oder teurer ist, ist zum selben Preis verkauft worden. Und da hat natürlich am nächsten Tag gesagt, was könnt ihr sowas gemacht? Ich habe mein bisschen Wein, habt ihr geholfen? 1968 bin ich, seitdem bin ich bei der Serraspo. 1970 war ich Fummen riechen, war ich sehr stolz drauf, dass ich so weit gekommen bin. Die ersten Jahre war ja mein Mutti Funkmariechen da. Und ich, was noch, bei uns ist trainiert worden im Wohnzimmer. Und da ist trainiert worden auf dem Radetzky-Marsch. Ich konnte diesen Marsch nicht mehr hören. Ich konnte diesen Marsch nicht mehr hören. Ich konnte diesen Marsch nicht mehr hören. Ich finde Serraspo sehr toll, weil ich so gerne tanze und weil wir jedes Jahr so tolle Trainerinnen haben. Ich finde Serraspo toll, weil ich richtig, richtig gerne tanze. Und ich finde es auch cool, dass meine besten Freunde dabei sind. Serraspo ist für mich strahlende Kinderaugen. Die Begeisterung der Aktiven auf der Bühne und beim Training. Ich selbst habe 1980 im Männerballett begonnen. Und irgendwie hat mich seitdem dieser Marsch nicht mehr losgelassen. 2011 wurde ich gefragt, ob ich Präsident werden wollte. Ich habe ein bisschen gezögert. Aber man hat mir erklärt, naja, Fastnacht, das dauert zwei, drei Monate. Du hast nicht viel zu tun, dann hast du ein Dreivierteljahr frei. Aber ich sage euch, das stimmt nicht so. Planen, organisieren, aber auch das Gemeinsame mit den Freunden. Das bedeutet für mich Fastnacht. Und das bedeutet für mich unsere Serraspo. Serraspo ist für mich krass, mein zweites Zuhause, ein Abenteuer, mein Leben, Kreativität, Teamgeist, Leidenschaft, Spaß, eine gute Zeit, Familie, viel Arbeit. Aber am wichtigsten ist, immer über sich selbst lachen zu können.